Was mach ich jetzt? Ich bin eine Fee, ich habe den Kampf gewonnen... Ich schrei... Das ist... Richtig harte Fee, glaub ich... Warte mal... Wir brauchen süße Fee... Ähm... Jeeeee... Auch doof... Ne, das gibt's schon... Wieder nichts klauen... Ähm... Ich mach's trotzdem... Yeah, everybody! Puh... Awesome... Ach, keine Wörter... Kannste rausschneiden... Ich weiß Bescheid... Ich hab gekämpft... Ich bin total... ...gut drauf... Yeah, yeah! Look at me! Yeah, yeah! Äh... Ja, hab ich gerade dran gedacht... Tuningenieur ist schon wieder sauer... Hey, you! Come over here! I will show you something! Come over here! Come to my fight! Sit down! Listen to me! Listen to my beautiful wife! Yeah, big boy! Ha! 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 Ja, man weiß alles... Mein Tontechniker ist übrigens der beste Tontechniker... Er weiß nämlich alles... Hier kann man... Hier kann man alles fragen... Ich... Ich bin nur Moderator... Ich weiß nichts... Ich mach nur ein paar Geräusche hier... He! Ha! Ha! Oh! I smell something burning! Back in the kitchen! He! Alter Kollege! Ne, die wollen ja attackieren! Doch die treffen keinen Freund! Die sagen... Hey! Do best that! Hey, you! And we get a winner tonight! Sometimes I run... Sometimes... Sometimes I hide... Sometimes I hide... Na 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 na... Na 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 na... Ho! 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 Oh, ist das heiß! Ho! Yeah! Juhu! Ja, wir haben gewonnen! Juhu! 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 Voll wie toll! Ich bin ein Held... Aber ein Held... Ist niemals... Ein Held... Ohne seine Gefährten! Hier, mein Tontechniker! Hahahaha! Jetzt lacht er... Oh ja, ich liebe ihn! Juhu! Juhu! Das war... Das war Female Large am Schluss! Extrem Large! Für... Für die Guardian! Brrrr! Kinder sind gehässig! Kinder quengeln! Kinder gehen dann auf den Geist! Kinder sind total laut! Ja... Aber unausstehlich! Auch gleichzeitig noch! Also ein... Ein Gegensatz! Gleichzeitig! In ein... Ein Objekt vereint zwei... Zwei Gegensätze! Das ist... Fast unmöglich! Es ist unausstehlich! Und gleichzeitig... Ähm... Ähm... Erst mal eine Kinderstimme! Hoch, 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 hoch! Hihihi! Haha! Hihihi! Hihihi! 1, 2, 3, 4, Eckstein! Hm! Von der langen Nase! Diddiddidd! Kriff mich nicht! Hihihi! Kriff mich nicht! Hör mich zu langsam! Du bist langsam! Ich bin besser! Du doof Nase! Daddy ist da! Komm zu Daddy! Fertig? Alles klar! Toningenieur ist schneller eigentlich! Er ist der schnellste! Born to be wild! Was seid ihr? Männer! Was wollt ihr werden? Super Männer! Yeah! Luke, I'm your father! We will... Uh... Yeah! Haha! Yeah! Yeah! Win the fuck! Oh yeah! Yeah! Hahaha! Normalerweise sind sie eine hochentwickelte Kultur! Ah, you fucking Pervert! I see dead people! Halt! 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 Hum! Halt! Wirst du diesen geilen Erzählzeiten Alter bei... Dude, where is my car? Ja, mein Auto gekauft, Dude! Sweet! Dude! Sweet! Was hab ich denn auf dem Rücken? Hey, Sweet! Und ich? Dude! Nein! Ich meine, was hat mich auf dem Rücken? Ich bin auf dem Rücken mit ihm! Sweet! Ich werde mit dir das ganze Mikrofon in den Mund nehmen. Das geht. Ich war kranker, aber ich hatte genau dasselbe Mikrofon. Das ist das selbe Mikrofon. Und ich hatte es teilweise im Mund. Aber ich habe nicht so einen komischen Spucker, hier, Spuckfilter gehabt. Deswegen, nach einer Weile, wenn du wirklich das Mikrofon jetzt schon ein Jahr benutzt oder so, das fängt an zu stinken. Niederlich. Das fängt an zu stinken. Ich hab ja ein bisschen Austausch ins Ding, oder? Ich hab vier Minuten gerustet. Du hast vier Minuten lang gerustet? Du hast nicht immer vier Minuten lang gerustet? Was steht da? Nein. Englisch. Das ist eine gute đâu. Vielen Dank.